Ja Julien, also du sprichst ja so oft vom Frauenschlagen, auch in deinen Videos über Spiele und Gameplays, hast du wirklich jemals oder warst du in der Versuchung mal eine Frau zu schlagen? Ich bin täglich in Funk, Frauen zu schlagen. Ich habe Frauenschlagen generell immer für so ziemlich das Unmännlichste gehalten, was es überhaupt gibt. Jeder, der meint, er müsste sich in einer Frau vergreifen, die offensichtlich ja nicht sich so doll werden kann wie ein Kerl, außer das ist jetzt irgendwie so eine fette Schlampe. Die könnte vielleicht Sumoringa-Style sich auf dein Gesicht setzen und dich ersticken oder so, aber auf jeden Fall, ich habe tatsächlich mal eine Freundin gehabt, die mir ungefähr 15 Mal hintereinander in die Fresse geschlagen hat und beim 16. Mal hat sie, glaube ich, fünften Meter ausgeholt und dann hatte ich fünf Finger einfach mal so in meinem Gesicht, also wirklich rote Abdrücke von Fingern. Und da habe ich dann sie gegen eine Wand geschubst. Das war die einzige Gewalt, die ich jemals einer Frau gegenüber ausgeübt habe. Ähm, aus Versehen. Naja, was heißt aus Versehen? Könnte auch sein, dass ich ihr in die Fresse geschlagen habe dabei, aber ich kann mich dabei nicht mehr erinnern. Nein, also ich habe, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich meine, ich war 16 Jahre alt. Damals hatte ich mich noch nicht so im Griff wie heute. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, habe ich ihr ins Gesicht? Doch, ja, tatsächlich, ich habe, ich habe ihr, ich habe ausgeholt. Ich habe ausgeholt tatsächlich mit der flachen Hand und dann habe ich ungefähr einen halben Meter, bevor ich tatsächlich an ihrem Gesicht war, habe ich dann abgebremst und sie dann so halb gestreichelt und sie ist gegen die Wand geflogen. So war das. Ja, aber ich meine, ohne Scheiß, Mann, meine Fresse war so demoliert von der alten, Alter. Ich habe echt alles versucht, ohne sie zu hauen, Mann, aber es ging einfach nicht anders. Ich meine, ich meine, heutzutage könnte mich echt ein fünfjähriges Mädchen zusammenwichsen, weil ich einfach mich nicht wehren würde, so. Also wirklich, wenn so ein fünfjähriges kleines Mädchen ankommt würde und auf mich einschlagen würde für 100 Stunden, dann wäre ich irgendwann einfach K.O., weil ich mich zurückhauen würde einfach. So, vielleicht würde ich sie, keine Ahnung, ja, vielleicht würde ich sie irgendwo anbinden oder so, aber nur mal so als Beispiel halt, ne? An sich finde ich es einfach nur armselig, Frauen zu schlagen und ich mache mich da einfach in meinen Videos extrem drüber lustig, über Leute, die wirklich sowas für nötig halten, Frauen zu schlagen. Ich meine, der K.O.N. ist zwar nichts wert, aber trotzdem, schlagen sollte man sie trotzdem nicht. Vielen Dank.